Ich hatte in meinen Videos immer wieder versprochen, auf Fragen von Ihnen in den Videokommentaren einzugehen. Heute ist es soweit, wir sehen uns einige von Ihren Fragen in den Kommentaren genauer an. Und daher scheuen Sie sich nicht fleißig zu kommentieren und zu fragen, denn ohne Fragen gibt es auch keine Antwortvideos wie dieses. Los geht's! Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Kommen wir zu der ersten Frage von Frau Hodebert. Kann man Lean auch in der Langzeitpflege einsetzen? Denn es ist ein Unterschied, ob man Autos zusammenbaut oder Menschen gepflegt werden. Pflege ist natürlich ein sozialer Beruf und es erfordert ganz, ganz viel Empathie. Dafür gibt es auch keine Lean-Tools oder Werkzeuge, sondern das ist aus meiner Sicht auch ein ganzes Stück Berufung. Was es aber gibt, das sind ein paar Lean-Tools, um sich die Arbeit drumherum zu erleichtern. Zum Beispiel macht es sehr viel Sinn, die Räume, in denen Pflegeutensilien wie Verbandsmaterial und so weiter gelagert werden, nach den Prinzipien von 5S zu organisieren. Das gilt natürlich auch für die Stützpunkte an den Stationen. Der Vorteil einer solchen Organisation ist natürlich, dass sich jeder gleichermaßen zurechtfindet und man einen klaren Überblick über das Material und so weiter hat. Ein wunderbares Beispiel für eine 5S-Aktion in einem kanadischen Krankenhaus habe ich Ihnen hier in der Videobeschreibung verlinkt. Gucken Sie mal mit rein, das ist so ein Zeitraffer-Video, vorher, nachher und so weiter. Es ist wirklich sehr, sehr gut zum Anschauen. Und ein anderes Lean-Prinzip nennt sich Karakuri. Das ist die Halbautomatisierung, insbesondere durch die Nutzung des Eigengewichts und der Schwerkraft. Da kann man sich natürlich gut vorstellen, dass mit ein bisschen Know-how und ein bisschen piffiges Nachdenken, zum Beispiel beim Umlagern von Patienten durch ein gesticktes Ausnutzen des Eigengewichtes sehr hilfreich sein kann. Ein kurzes Video, was mit Karakuri gemeint ist, in diesem Beispiel natürlich aus der Produktion, finden Sie ebenfalls in der Videobeschreibung. Auch das Spaghetti-Diagramm kann sehr dabei helfen, Laufwege in der Pflege zu analysieren und zu optimieren. Zum Spaghetti-Diagramm finden Sie hier oben ein Video, da bin ich nochmal ganz explizit darauf eingegangen. Lean kann also in der Pflege sehr, sehr hilfreich sein, die Mitarbeiter von Bürokratie und Ähnlichem zu entlasten und so mehr Raum für die eigentliche Arbeit, nämlich dem Dienst am Ende zu schaffen. Gehen Sie mit offenen Augen durch Ihre Einrichtung und Sie werden sich ganz viele Abläufe und Tätigkeiten finden, die sich mit Sicherheit verbessern lassen. Earl Grey Pot One fragt nach den fünf wichtigsten Kriterien, die ein Prozessmanagementsystem leisten muss. Jedes Unternehmen hat natürlich bestimmte Kriterien, die ihm besonders wichtig sind. Aber meine persönlichen Top 5 Kriterien wären die folgenden. Erstens, das System muss ein Repository haben, also eine Datenbank, in der die Objekte und die Modelle und ihre Beziehung zueinander abgefeichert sind. Denn sonst können Sie keine oder nur mit unvertretbar großem Aufwand Auswertungen über Ihre Prozesse vornehmen. Oder wenn Sie eben mal ein Prozessobjekt ändern wollen, stellen Sie sich vor, eine Abteilungsbezeichnung ändert sich mal durch eine Reorganisation. Dann müssten Sie alle Objekte einfach händisch ändern und mit einem Repository machen Sie es nur einmal an einer zentralen Stelle. Zweitens, das System sollte die BPMN als Utilierungssprache unterstützen und bei Prozesslernkarten auch weitere Informationsobjekte, wie Risiken und Kontrollen, Prozesskennzahlen, Dokumente, Inputs und Outputs, Rollen und Verantwortliche, sowie die Aufbauorganisation und die Prozessobjekte miteinander verknüpfen lassen. Dritter Punkt für mich. Das System sollte über APIs, also über Schnittstellen verfügen, die Sie lesend oder schreibend ansteuern können. Denn so bekommen Sie die Informationen über einen Zeitverlauf aus Ihrem Prozesssystem heraus und können diese Daten zum Beispiel in einem Data Warehouse abspeichern. Auch die Integration in die bestehende Softwarelandschaft wie das Intranet usw. sollte über die APIs halbwegs funktionieren. Vierter wichtiger Punkt für mich ist, die Bedienung muss natürlich einfach und intuitiv sein. Und genau da ist ja auch hier die Krux. Wenn ich die BPMN als Modellierungssprache nicht kenne oder nicht wirklich jeden Tag irgendwie verwende, dann tue ich mir eigentlich mit jedem Prozessmanagementsystem ein bisschen schwer bei der Modellierung. Einfach deswegen relativ zu verstehen. Also gerade wenn ich in einem großen Unternehmen tätig bin, dann macht es schon irgendwo auch Sinn, wenn das System die Informationen zusammenstellt, die für meine Rolle wichtig sind. Und wenn ich in der Forschung arbeite, dann sind die Prozesse aus dem Lager oder im Vertrieb für mich halt auch nur bedingt wichtig. Zur Bedienung gehört aber natürlich auch, dass mich keine Sprachbarriere hindert. Moderne Prozessmanagementsysteme bieten Mehrsprachigkeit sowohl in der Bedienoberfläche als auch bei den Prozessen und den Objekten an. Fünfter Punkt und das ist aus meiner Erfahrung der schwierigste und mühsamste Punkt, den man letztendlich irgendwie mit beachten muss. Das Prozessmanagementsystem muss ein essentielles Werkzeug bei der Prozesssteuerung durch die Führungskräfte sein. Und das beginnt natürlich bei der Geschäftsführung und kaskadiert sich die gesamte Hierarchie im Unternehmen runter bis auf den Shopfloor. Fragen wie, zeigen Sie mir doch mal bitte den Prozess hier im System. Ah, an welcher Stelle in dem Prozess trittet das Problem wirklich auf? Wie oft durchlaufen wir eigentlich den Prozess am Tag? Wie können wir es schaffen, die Durchlaufzeit von beispielsweise 10 Stunden auf 7 Stunden zu senken? Wenn Ihre Führungskräfte nicht sicher in der Prozesssteuerung sind, dann hilft Ihnen das beste System nichts. Dann bleibt das Prozessmanagementsystem immer ein Experten-Tool, das immer wieder wegen seiner Lizenzkosten infrage gestellt wird. Es ist letztendlich nichts anderes nur als ein Ablagesystem für irgendwelche modellierten Prozesse, die im Laufe der Zeit auch noch veralten, weil sich die Prozesse in der Realität verändern. Bene 6891 fragt, ob es Kriterien oder Guidelines gibt, wie man eine Prozessorganisation in der Praxis gestalten kann. Soweit mir bekannt ist, gibt es keine Formal-Guideline zur Prozessorganisation, also irgendeine DIN-Norm oder sowas, das gibt es in dem Sinne jetzt nicht. Aber ich würde auf folgende Punkte hinarbeiten und sie als Leitplanken einer effektiven Prozessarbeit machen. Erstens, Zielorientierung. Ich würde immer Unternehmensziele einfordern und daran meine Prozesse ausrichten. Der Prozess folgt der Strategie und damit folgt das Prozessziel auch immer dem Unternehmensziel. Zweitens, Einheitlichkeit von Aufbau- und Ablauforganisationen. So wie sich die Prozesse nach der Unternehmensstrategie ausrichtet, muss sich die Aufbauorganisation nach der Prozesslandkarte und den Prozessen richten. Im Idealfall sind also Organigramm, die Darstellung der Aufbauorganisation und die Prozesslandkarte, die Darstellung der Ablauforganisation, deckungsgleich. Der Prozessverantwortliche ist gleichzeitig auch der Linienverantwortliche im Idealfall. Und das gilt selbstverständlich natürlich dann auch für das Budget und vor allem für die Personalentscheidungen, sowie für die fachliche und sachliche Führung. Es gibt nämlich nichts Schlimmeres, als wenn ein Prozessverantwortlicher de facto keinerlei Befugnisse hat, weil die Linie immer sticht. Die dritte Leitplanke ist ein klar an den Prozessen ausgerichtetes Risikomanagement. Risikomanagement darf nicht losgelöst im freien Raum schweben und darüber hinsinnieren, ob theoretisch ein Meteorit die Fabrik auslöschen könnte. Aber dabei wird dann übersehen, dass vielleicht die Frau Meier die einzige Kompetenzträger in einem Schlüsselprozess ist. Und wenn die Frau Meier ausfällt, weil sie krank ist oder einfach keinen Bock mehr auf den Laden hat und sie eine, haben sie eine echte Unternehmenskrise an den Hacken. Und dieses Thema generische Prozessrisiken, das sollten Sie unbedingt mal genauer anschauen und unbedingt kennenlernen. Hier ist ein vertiefendes Video dazu. Schauen Sie mal mit rein, die drei wichtigsten generischen Prozessrisiken. Soweit meine Antworten auf diese drei super spannenden Fragen aus der Community. Trauen Sie sich ebenfalls, posten Sie mit Ihren Fragen in die Kommentare, dann gibt es sicher bald wieder ein Folgevideo mit meinen Antworten. In diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder A A A B B A